Servus zusammen! In diesem Video schauen wir uns an, wie wir die Abdeckung unter dem Rahmen auf der linken Seite umbauen. Alles gezeigt gilt natürlich auch für die rechte Seite. Als erstes benötigen wir einen vierer Inbus und müssen genau diese eine Schraube hier lösen. Nachdem wir die eine Schraube hier unten entfernt haben, können wir die Abdeckung auch schon abnehmen. Dafür einfach vorsichtig an den Seiten packen und aus dem Haken herausziehen. Anschließend können wir in der exakt gleichen Reihenfolge bei der Carbonabdeckung folgen. Dafür diese vorsichtig an den entsprechenden Haken hier und hier einbauen. Hierbei ist wirklich darauf zu achten, dass sie wirklich komplett in den Haken drin steckt und nicht auf halber Strecke liegen bleibt. Anschließend können wir die Schraube auch wieder anbauen. Dafür ist darauf zu achten, dass die Ringe genauso wie im Original in der gleichen Reihenfolge vorliegen. Anschließend ist die Carbonabdeckung auch schon montiert und das Motorrad wieder einsatzbereit. Damit ist der Umbau der Rahmenabdeckung auch schon abgeschlossen. Ich hoffe es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ja, lasst noch einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch Wünsche, Vorschläge oder Anregungen für weitere Videos habt, dann schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, ich sehe uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao nochmal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.